Seht euch noch einmal um. Denn wenn ihr von diesem Trip zurückkommt, wird für euch nichts mehr aussehen wie früher. Jake Connors, ein Mann ohne Kompromisse. Der Weichling wird nichts hinterlassen als eine Menge Scheiße. Kommandant einer Armee, mit der er brutal das Überleben trainiert. Vielleicht hat der Mensch neben euch euer Leben zu retten. Hank Chambers, ein eiserner Bursche, Gründer des Camp der verlorenen Teufel. Ich kann dich auch anders töten. Ich lass dich nur einfach laufen. Du überlebst hier nicht allein. Das Einzige, was euch hindert, ist die Angst. Also denk nicht drüber nach. Tu es. Jake Connors, Hank Chambers. Beide wollen überleben. Du hast dir den Kopf gelassen. Dreh deinen Feinden bloß nie wieder den Rücken zu. Für den einen ist es der Wunsch, so zu leben. Der wesentliche Punkt ist nicht der, es allein durchzustehen, sondern gemeinsam. Für die anderen bedeutet es den Weg in den Tod. Wenn du auf einen Feind triffst, bereite dich darauf vor, ihn umzubringen. Denn genau das wird er sonst mit dir tun. Auf die Entfernung lasse ich dir mit Sicherheit dein Auge raus. Was in der Realität der Tod auf Versagen steht. Jetzt geht es nur noch um dich und mich. Ja, richtig. Es geht um sie und mich. Denn sollte es einer wagen, scharfe Munition auf mich und meine Leute zu feuern, heißt es sie oder ich. Camp der verlorenen Teufel. Ein Kampf auf Leben und Tod. Es mag unmöglich scheinen, aber das ist es nicht. Das Erste, was sie erlernen sollte, ist, niemandem zu vertrauen. Vor allem nicht mir. Wenn ihr sie fangt, sorgt dafür, dass er sie ihnen leidtot. Los! Ja! 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 Camp der verlorenen Teufel. Vielleicht kommen sie lebend zurück. Ja!